Weiter geht's mit Hearts of Iron 4. Wir sind am 23. Oktober 1916 angekommen. Die Westfront läuft soweit halbwegs gut. Wir gucken uns nochmal unsere Generäle an. Ich hatte nämlich gesehen, wir haben hier die Möglichkeit, ihm auch den Infanterie-Experten zu geben. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und dann gehen wir die nochmal ganz kurz durch. Lettovorbeck kann nichts bekommen. Und er könnte was bekommen, hat aber nichts. Und er auch. Ok, also das Problem ist, an der Westfront müssen wir jetzt wirklich alles rauskitzeln, was wir haben. Er, oh Gott, er kriegt natürlich auch Infanterie-Experte, ganz klar. Und er, oh ja. Also das ist ja eine defensive Einheit. Dann würde ich sagen, wir geben ihm die Defensiv-Doktrin. Und, oh, eine zweite sogar noch. Moral der Armee plus 10%. Ja, sehr cool. Die kriegt er auch. Die Frage ist jetzt, ob es da nicht Sinn macht, ihn zu tauschen mit Feldmarschall Galwitz. Galwitz. 1, 3, 1, 2, 2, 4, 2, 2. Ok, na, das macht nicht so viel Sinn. Schade. Ok, na, dann müssen wir auf einen Stufenaufstieg warten. Schade, schade. Na gut, kein Problem. Ok, wir gucken nochmal an der Ostfront, ob da was möglich ist. Auch hier, oh ja. Moral der Armee plus 10%, das ist, glaube ich, an der Ostfront auch wichtig. Denn ich glaube, dass die Russen immer noch nennenswerte Armeen haben. Der Herr Ludendorff. Bewegungsbonus zu Land. Das ist, glaube ich, in Russland wichtiger. Jetzt gucken wir bei ihm nochmal. General von Hutia. Oder von Hutta. Auch er kriegt den Bewegungsbonus. Ah, ok. Da fehlen uns die Kommandopunkte. Alles klar. Gut. Dann machen wir weiter. Ich bin echt gespannt, wie dieser Krieg hier ausgeht. Auch wenn euch diese Tag-Nacht-Simulation übrigens stört, dann können wir die gerne ausmachen. Und hier sind jetzt... Ok, jetzt sind wir hier grün. Das ist gut. Hier unten greifen die Engländer immer und immer wieder an. Aber unsere Maßnahmen haben hier geholfen. Das Gute ist, dass wir dadurch hoffentlich in der Lage sind, ihm zu unterstützen, dass er sich hier diesen Krieg endlich mal widmen kann. Denn wenn das hier vorbei ist, dann hat er eine Menge Truppen hier frei. Das muss man ganz klar sagen. So. Was wir aber nochmal angucken müssen, ist eine Cypher. Es wird keine feindliche Schiffe entschlüsselt. Doch, klar. Die hier. Und Russland möchte ich eigentlich auch entschlüsseln. Genau. Und dann werden wir auch die maschinengestützte Entschlüsselung in der nächsten Stufe entwickeln. Gut. Wobei das ist ein bisschen jetzt... Ja, also das ist tatsächlich... Die Nutzung einer etwas ahistorischen Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob man das in den Mods verändern kann. Aber diese technologische Möglichkeit der maschinengestützten Entschlüsselung war tatsächlich erst später möglich. Also wenn überhaupt müssten, hätten wir tatsächlich rollenspielerisch jetzt hier Schluss machen müssen. Das hier zu benutzen im Jahre 1914 ist jetzt tatsächlich ahistorisch. Das muss man ganz klar sagen. Sieben U-Boote. Ja. Sehr gut. Die vernichten ihre U-Boote. Das ist gut. Das ist sehr gut. Gut für uns. So. Jetzt haben wir 68 Punkte. Ich würde tatsächlich mal schauen bei den Kriegsanleihen. Übrigens, ich habe für uns mal auf Deutsch umgestellt. Damit wir mal sehen können, wie gut die Mod das schon unterstützt. Das finde ich auch immer nicht schlecht. Aber ich würde gerne mal hier gucken. Landbeschlagnahm für die Industrie. Hier unten sehen wir es zum Beispiel. Germany Offensive. Wir sehen, was es kann. Aber wir sehen halt keine Beschreibung. Das können wir nicht machen. Ich würde mal überlegen, ob wir das hier machen. Aber damit kriegen wir nur ein Oberschlese in einen einzigen Bauplatz. Hm. Fabriken für Konsumgüter minus 5%. Wir machen das. Wir machen das. Ich glaube, das ist jetzt im Moment erstmal wichtiger, dass wir unsere Produktion hier ans Laufen bekommen. Okay. Dann gehen wir mal auf F1. Und F1, das sind die hier unten, falls ihr es nicht wisst. Und die Front hat... Ah, sie hält noch. Noch sieht es gut aus. Eine gute Verschanzung. Sehr schön. Das sieht echt gut aus. Hier vorne können wir die Landung der Briten auch verhindern. Das ist auch sehr gut. Hier sehen weitere Angriffe im Moment auch positiv aus. Das ist auch sehr schön. Okay. Das ist jetzt eine der Sachen. Ähm. Die Sachen sind noch nicht übersetzt. Hier ist offensichtlich irgendjemand aus Österreich gestorben. Okay. So. Die Pioniere sind fertig. Dann ist die Frage, ob wir hier jetzt weitermachen, würde ich erstmal nicht sagen. Fernmelde Company könnte man entwickeln, brauchen wir aber nicht im Moment. Und da reicht das der Einser aus. Wie viel hat der? 1100 Tage. Okay. Das ist zu weit. Dann würde ich tatsächlich das hier entwickeln. Verteidigung und Durchbruch plus 2%. Ich glaube, das bringt uns momentan am meisten. Alles klar. So. Da läuft es gut. Wir gucken an die Ostfront. Oh. Heidewitzka. Wir stehen in Smolensk. Wie geil ist das denn? Sehr cool. Du brauchst eindeutig neue Befehle. Angriffslinie. Ganz klar. Moskau. Mittig durchstoßen. Und bitte. Sehr, sehr, sehr cool. Kann es sein, dass ich vergessen habe, die Division hier zu assignen? Wir können das nochmal neu machen. Moment. Na, ich will schon. Ne, wir machen das dorthin. Nein, aber ich möchte tatsächlich über Reshniv gehen. Ach, ich werde es nie lernen. Da lang bitte. Und den mittig raus. Genau. Ja, perfekt. Das ist besser. Und da lang bitte. Und ausführen. Gut. So. Das haben wir auch. Dann schauen wir mal, wie es hier oben aussieht. Und hier oben würde ich tatsächlich mal schauen, ob wir hier... nicht angreifen können. Dass wir hier einen Angriff machen. Um die hier auch endgültig zu beseitigen. Dass wir diesen Frontbogen hier schließen. Das wird für uns ein bisschen einfacher werden. So. Unit deploy. Okay. Da ist der Fokus abgeschlossen. Das bringt uns einen Forschungsbonus. Ich würde tatsächlich jetzt in Richtung der Bomber gehen. Ich würde gerne den Bomberfokus uns holen. dass wir auch dort in Zukunft weiterentwickeln. Denn das wird, glaube ich, immer wichtiger werden. Da müssen wir auf jeden Fall ran. Ganz klar. So. Nachrichtendienst. Das sollte jetzt ein bisschen schneller gehen. Okay. Die Cypher vom Königreich holen wir uns noch nicht. Ihr seht es ja. Das sind so Planungsgeschwindigkeit. Das sind die Sachen, die wir hierfür brauchen. Da gibt es einen Bonus. Verteidigungsbonus gegen Land. Vorbereitungsgeschwindigkeit bei der Invasion. Das bringt uns, glaube ich, im Moment noch nicht so viel. Zumal wir das hier noch gut im Griff haben. Aber wir brauchen die Cypher von Frankreich auf jeden Fall. Damit wir das hier weiter abblocken. Wir schauen mal hier. Okay. Er hat keine guten Achtelredivisionen mehr dabei. Sehr gut. Wir haben zweieinhalb Tausend. Wir verlieren Geschütze. Ah, das sieht nicht so schön aus. Und wir haben freie Militärfabriken. Das ist gut. 71. Dann die nächsten in die Geschütze, bitte. Und dann gucken wir mal, dass wir da auch schneller produzieren. Denn da müssen wir jetzt auch ran. Oh nein. Ah, Mist. Jetzt sind sie echt hier unten gelandet. Weil unsere Truppen versagt haben. Da haben sie uns jetzt ausgetrickst. Das ist, ah, ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Da haben sie uns tatsächlich ausgetrickst. Weil sie sich hier mit den Engländern drauf konzentriert hatten. Und hier ist dann jetzt einfach der Russe gelandet. Okay, aber das ist kein Problem. Er hat keine Versorgung. Das ist schnell erledigt. Gut. Sehr schön. Wie sieht es hier aus? Wir stehen vor Nies. Ja. Und ich hoffe, dass das Thema damit dann erledigt ist. Wir schauen mal. Immer noch. Yes. Die Bunker. Das ist einer der wichtigsten Erfindungen, die wir jetzt brauchen. Ganz klar. Aber wir bleiben erstmal immer Pause. Der hat immer noch... Das ist ja der Wahnsinn. Die kontrollieren immer noch 52% der Seed-Punkte in Serbien. Krass. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. So. Wir machen auf jeden Fall hier weiter. Und... Bauplätze plus 10% Fabrikleistung. Das ist wichtig. Uns gehen nämlich langsam die Bauplätze aus. Übrigens, ich habe feldlicherweise behauptet, dass die Technologiebäume die gleichen sind bei anderen Mods. Das sind sie tatsächlich nicht. Ich habe gestern nochmal die Endsieg-Mod gespielt. Und da ist der Technologiebaum tatsächlich anders. Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Nur nochmal als Info für euch. Also das war Quatsch, was ich da erzählt hatte. Und hier sehen wir es übrigens. Hier kommt jetzt der Britte. Ich weiß nicht, ob der KI das abstimmt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube tatsächlich nicht. Aber... Naja. Es war ein kluger Schachzug. Muss man ihn lassen. Das war ganz gut. Okay. Dann geht es weiter. Jetzt geht er hier an die Front zurück. Passt. Und wir wollten jetzt Bunker bauen. Genau, das war es. So, jetzt ist die Frage, wie weit sind wir hier mit Bauten im Grunde fertig. Ja, wir machen Reparaturen. Okay. Gut. Passt. Dann setzen wir jetzt hier unsere ersten Bunker ins Land. Und einmal auf jeden Fall... Nein, da können wir nichts mehr bauen. Das ist ja ärgerlich. Okay, dann bauen wir es auf jeden Fall da unten. Dann bauen wir gleich zwei Stück. So. Da können wir nichts bauen. Dann machen wir das da oben auch. Gleich zwei Stück. Das bringt uns auf jeden Fall... in meinen Augen einen massiven Produktionsbonus hier. Das ist super. Perfekt. Weiter geht's. Wie sieht es mit der Schiffsproduktion aus? Handelskonvois. Wir sind an den Battleships. 14 von 17. Und dann sind wir an den Zerstörern. Ja, das sieht doch gut aus. Aber wir haben nur 14 von 17. Das verstehe ich nicht. Wieso? Achso, drei sind... Ah, okay. Ja, okay. Alles klar. Mehr haben wir nicht. Gut. Dann können wir hier eigentlich einen rausnehmen. Und dann hier erstmal runter die Zerstörer bauen. Top. Gut. Dann gehen wir einmal auf die Schiffe. Und wir haben vier neue. Das sind jetzt leichte Kreuze der Pillau-Klasse. Die gucken wir uns mal kurz an. Lass mal ein bisschen langsamer weiterlaufen, dass wir nicht so viel... so viel verlieren. Nicht, dass uns irgendwo an der Front was verloren geht. An Infos. Ja, ist jetzt kein besonders tolles Schiff. Die haben auch keine Wasserbomben oder Torpedos 1. Was haben die Zerstörer dabei? Okay, die haben Wasserbomben. Alles klar. Dann würde ich tatsächlich sagen, Zerstörer kommen da mit rein. Und die leichten Kreuzer kommen da mit rein. Das heißt, du dahin und du dahin. Okay. Gut. Und dann machen wir jetzt einmal nochmal die Pause und geben jetzt ein neues Schiff in den Auftrag. Aber das entwickeln wir zuerst. Ich hätte nämlich gerne einen richtig schönen Schlachtkreuzer. nur Schlachtschiffe, Schlachtkreuzer. Ja, die waren damals tatsächlich getrennt. Es gab die Dragnuts. Das war tatsächlich so. Ihr seht es hier. Battlecruiser 1914. Da gibt es die Übersetzung noch nicht. Die hießen so Dragnuts Battlecruiser. Das waren so Linien... Also in Deutschland hießen die Linienschiffe. Das war im Prinzip so aus diesen alten Linienschiffen, der... Ja, die noch gesegelt sind entstanden. Da hat man im Prinzip irgendwann ein bisschen Panzerung rangemacht und die Schütze nach oben verlagert. Und die sahen auch anders aus. Ich weiß nicht, ob man das hier so ein bisschen erkennen kann. Ne, da kann man es leider nicht erkennen. Und irgendwann sind dann richtige Schlachtschiffe entstanden, die dann wirklich speziell dafür entwickelt worden sind. Und wir entwickeln jetzt von der Kaiser A-Klasse einen Ableger. Und machen hier vor allen Dingen auch die schweren Batterien rein. Die gute Flak. Die Sekundärbatterien sind schon die guten. Einmal hier unten auch eine gute Flak rein. So. Ich würde dann tatsächlich auch eine Flak gegen ein Torpedo-Rohr austauschen. Am Motor haben wir nichts Besseres. Ja. Passt. Und das ist die Kaiser-Klasse des Typs B. Da nehmen wir die und werden davon zwei Stück bauen. Zack. So. Gut. Die sind jetzt 21 fertig. Das dauert natürlich jetzt alles ein bisschen. Aber da brauchen wir auf jeden Fall regelmäßig Nachschub von den Schiffen. Da können wir schon mal mit zwei anfangen. Beziehungsweise es ist dann tatsächlich besser, wenn wir direkt noch eins in Auftrag geben. Von der Kaiser B. Und das so machen. Dann bauen wir da nämlich auch schon mal los. Und dann werden wir auch noch ich denke mal einen schweren Kreuzer. Prinz Adelbert-Klasse. Können wir auch mal. Ah, die sind von 1900. Da haben wir nichts Besseres. Moment, dann müssen wir erstmal in die Forschung gucken. Wenn wir da was Besseres haben. Battleship, Battlecruiser, Lightcruiser. Okay, da haben wir Heavycruiser von 1900. Ah, die sind mir. Nee, die sind. Nee, nee, nee. Wenn, dann bauen wir dann lieber hier vielleicht noch einen leichten Kreuzer um. Das ist mir dann lieber. Also wir müssen hier auch langsam weiter forschen. Smoked Generator. Neue Schiffe. Carrier. Okay. Gut. Damit lassen wir das. Dann bauen wir erstmal das, was wir haben. Perfekt. So, hier sieht es erstmal gut aus. Und wenn unsere Force fertig sind, dann haben wir hier definitiv auch einen ziemlichen Bonus. Und mir macht das hier ein bisschen Sorgen, wenn ich ehrlich bin. So, wie sieht es hier oben aus? Da sieht es gut aus. Du gehst bitte einmal nach da. Und hier greift eine Division. Beziehungsweise ihr geht da vor, bitte. du da hin und du da hin. Nein, da hin. Und du versuchst, die hier rauszulocken. Gucken wir mal, ob das auch klappt. Sieht erstmal gut aus. So, habe ich jetzt doch vergessen, die Armeen hier zu positionieren. Das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich. Dann löschen wir den Befehl nochmal. Das kann tatsächlich sein. Aber ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier oben bei und gucken mal, dass wir das hier lösen. Ja, sehr schön. Da zieht er jetzt ein bisschen Verstärkung hin. Wunderbar. Das Schöne ist, dass er hier jetzt direkt umplant. Ihr seht sie, er hat jetzt direkt einen Angriffsplan gemacht, schickt die direkt Verstärkung hin. Also, schlecht ist das nicht, was die KI macht. Allerdings halt auch nicht besonders gut. Aber es reicht uns. So, wir können eine Regierung ändern. Jetzt ist die Frage, ob wir das wollen. Oder ob wir hier lieber verbesserte Bedingungen für Arbeiter. Das können wir uns nicht leisten. Demokratische Parteien verbieten. Pressezensur einrichten. Was bringt denn Kriegspropaganda? Wöchentliche Kriegsunterstützung. Stabilität. Ich bräuchte eher Stabilität. Kriegsunterstützung ist egal. Also, was heißt egal? Wir können das machen und danach nochmal gegen Frankreich. Stabilität würden wir hier kriegen, aber die Fabrikleistung senken. Was könnten wir machen, wenn diese Forschung hier fertig ist? Dann haben wir nämlich 10% Fabrikleistung und die Knuspern aber direkt wieder weg, indem wir die Stabilität erhöhen. Das ist wichtig. Okay. Denn ich bin mir sicher, die Hungersnot von 1918 wird auf jeden Fall kommen. Armut K. Ja, sehr schön. Dann gehen wir auch hier direkt ein weiter auf den Zack. Wie viele Panzer haben wir denn mittlerweile? Wir haben mittlerweile 65. Och, wie süß. Och, guck. So, hier gehen wir direkt weiter. Und die Division unterstützt dort. Dann kannst du bitte dorthin gehen. Sehr gut. Und dann versuchen wir mal die Pocket hier aufzulösen. Du greifst damit an und dann sollten wir das hier auch haben. Okay, Wartungscompany. Ja, ich denke, wir machen damit weiter, dass wir dort auch weiterkommen. So, ihr unterstützt da und dann würde ich tatsächlich mal sagen, wir gucken mal, ob du dort was erreichst und du und du einmal dort. So, das ist jetzt auch wichtig. Motorisierter Rettungswagen. Ja, das erforschen wir bitte auch gleich. Und jetzt müssen wir in der Produktion auf jeden Fall was umbauen, denn die Dinger brauchen wir nämlich. Zusatzausrüstung fehlt. Genau, die, die Teile brauchen wir. für unsere Panzerdivision nämlich. Da wollen wir ja vernünftige Fahrzeuge haben und wir produzieren hier mit einem und wir machen hier ebenfalls erstmal mit einem die motorisierte, das motorisierte Equipment. Machen dafür hier ein paar Geschütze weg und dann passt das. So, jetzt haben wir freie Schiffswerften und da müsste doch eigentlich direkt hier was möglich sein. Das ist der. Sehr gut. Da haben wir die Kaiser C. Da hat man schon was gebaut. 1917. Okay, passt. So lassen wir das. Gut. Hier bitte einmal unterstützen. Und dann haben wir das Thema eigentlich auch. Du kannst da auch unterstützen. Sehr gut. Den Frontbogen haben wir aufgelöst. Nein, aber nicht. Dahin. Und du dahin. Was ist denn das hier für einer? Portugal. Ach du ahnst es nicht. Ernsthaft, die sind in unserem Rücken gelandet? Ich fass es nicht ey. Also das ist ja dreist. Also das ist ja echt dreist. Okay. So, wie sieht es hier unten aus? Na, erstmal nicht schlecht. Hier sind wir immer noch beim Sturm auf dem Nies. Ich hoffe, dass wir echt, also das dauert mir so, das dauert mir echt ein bisschen zu lang. Dafür, dass wir 17 sind, dauert das echt ganz schön lange. Na gut. So, Bomberfokus. Sehr gut. Dann fangen wir demnächst an mit dem Bomber und dann holen wir uns jetzt mal Equipment-Bonus. Das bringt uns auch gleichzeitig Armee-Erfahrung und jetzt sollten wir auch hier, hoffentlich, wir stoppen das alles mal und machen einen neuen funktionierenden Plan mit ein, bitte. 54 gewählt. Einmal nach Moskau. 54 Division. So. Dann lassen wir die noch mal herumfahren. Und dann kann er da angreifen. So. Sehr schön. Das haben wir auch. Und dann sind wir jetzt auf dem Weg nach Moskau. Ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht. Und wir stehen, oh Leute, wir stehen vor Kiew. Aber da laufen die gegen Operationen. Wahnsinn. Unsere Freunde aus Österreich-Ungarn sind gut mit dabei. Wir stehen hier vor Kiew. Vor Hommel. Briansk. Ist auch ein greifbarer Reichweite. Sehr geil. Und Smolensk und Riga ist bereits gefallen. Pschkopf ist auch schon gefallen. Und wir sind auf dem Weg nach Petrogat. So, hier oben müsste übrigens auch momentan der, das ist ja die Hauptstadt und nicht Moskau. Und da bin ich mal gespannt, wenn wir das haben, wie es hier aussieht. Das bringt uns, ich bin mir gar nicht sicher, 30 Siegpunkte steht hier. Das sollte einiges, das sollte einiges den Russen kosten. So. Hier unten ist ein Sitzkrieg ausgebrochen. Die wissen, wir igeln uns ein. Die greifen auch nicht mehr an. Keine Division in der Grundausbildung. Das heißt, wir haben zwei freie Divisionen. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, wo packen wir die hin? Ich würde sagen, wir packen sie tatsächlich an die Westfront. Wir brauchen hier alles an der Westfront. Er macht ja auch nichts mehr. Also er hat seine Angriffe schon eingestellt an vielen Fronten. Das ist ja schon mal gut für uns. Hier sieht es auch gut aus. Wunderbar. Es läuft, es läuft, es läuft. Das freut mich. Und wieder eine gute Folge mit guten Erfolgen. Für uns nicht so gut, allerdings für unseren Verbündeten hier. Da müssen wir halt echt aufpassen. Also, wenn das so weiter geht müssen wir ihm da unterstützen. Das ist momentan echt ein Problem. Muss man ganz klar sagen. Zumal die Russen ansonsten ja auch kommen. Und dann fällt er raus aus dem Krieg und dann stehen sie hier in Bulgarien. Das wäre ein bisschen unschön. Ja, hier sind sie auch jetzt vorgestoßen. Klar. Er muss hier seine Truppen abziehen. Ah, okay. Also Osmanisches Reich, da steht es nicht so gut. Da müssen wir mal überlegen, wenn die Russen hier hoffentlich erledigt sind und die Osmanen sich hier noch halten, dass wir hier unten dann in den Krieg mit eingreifen. In dem Sinne. Macht's gut. Bis morgen. Euer Strategie. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.